da steht wieder was ab der war klein und süß und nicht so hässlich wie normalerweise spinnen guck mal den vier augen und acht beine sie ist plüschig ich bekomme das erste mount in dem spiel keine ahnung wie ich sitze das ist voll schnell das ding ja weil ich kann an holz lang laufen ich glaube du brauchst das ja anscheinend muss aber immer schön weiter rein oh ja der unendlich du ist okay kappel 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 das ist einfach nur ein doppel weg ne ich bin die triggert gerade die holen wir da raus dann hab ich auch ein mach voll das ding die mögen sich und eingepackt jetzt haben wir beide einen jetzt geht es richtig ab hier okay okay wir haben einen jetzt wieder da ich folge oh jetzt ist die diesbar oh marienkäfer verschreckt okay wir sind auf dem boden der tatsachen okay wir haben es also geschafft ich frage mich wie du nicht runterfallen kannst wenn es übergeht das war nicht ich auch nicht ja mir geht's gut sie sagt zwar wir sollen uns festhalten aber keiner von uns beiden hält sich überhaupt irgendwie fest so richtig ja ich fand irgendwie so ein bisschen mit den beinen ja mit den beinen mindestens ja aber du ja nicht jemand wirst ich habe gerade wasser am start ja ja schon ja was schon aha ja ja oh ja ich bin mir voll zu jetzt das war nicht so gut aus seine boden und glas gefüllt habe ich durch ich war schon davon nein 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 das erklärt auch warum der boden so komisch die amt bin ich habe noch nichts dafür ja genau deswegen die richtung oder muss ich woanders wo hat der monitor deswegen ja ich guck links auf einmal du war schon richtig wir sind getrennt voneinander nicht schlimm wir schaffen das ich darf nicht ja noch ein bisschen weiter ja bei mir ist gar nichts weg mach einfach einfach direkt vor mir alles gut ja noch ein bisschen ja wie gesagt bei mir oh gott sei dank danke das gut dass es bei der wicke und welchem streamer zeit das sind zu gucken aber wir sagen nichts weg habe ich nicht bei mir bei mir geht es nicht mehr weg ich glaube ich heiße probleme hatte also ich sehe es nicht und das liegt aber daran ich glaube ich muss da zuerst sind hier da bin ich näher ja auf jeden fall jetzt geht es nämlich auch weg ok perfekt ok jetzt passt es geklappt ich habe schon drei kilometer weiter weg gehen ich glaube du musst das hier dran ziehen ok warte da muss ich es auch so brauchen wie du und erstmal näher rankommen zurück ja du gehst du gehst nicht so raus ist di sp beginnen Schlauschig. Äh... Ich habe immer daran gedacht, dass das ihre Kinder sind. Oh. Pussy. Sieht man doch, dass die Pimpern und so definitiv weiblich. Ja, ne, ist klar. Okay. Oh, ich bin schon gespuckt. Oh nein. Und ich bin tot. Oh. Okay, ich bin tot. Okay, ich habe einen am Boden. Und ich bin... Ich weiß nicht, wenn ich die Angraße verliere ich mal voll viel lebt. Jetzt geht es vielleicht. Ich muss den gewartet, dass ich wieder voll bin. So, jetzt. Holz runter. Okay, erster Dings tot. Bruder runterholen. Oh nein. Schmier weg. Das ist gerade bombt. Ja, ich sehe. Okay. So. Arschaufreißen. Und tot. Easy. Der Sinn. Nicht mehr easy, nicht mehr easy. Oh no. Mit Gesicht und Blümchen. Okay, und ich muss das Ding voll spielen. Ja, ich versuch's hier. Was ist denn mit dem... Ich bin nicht kidding. Ja, ja. Ich versuch mein Bestes. Ich versuch's alles runter. Hast du? Ich mache alle fertig. Ich habe einen einzigen Gesicht. Ja, habe ich. Okay. Ah, was ist das Ding? Da ist das Ding. Dann zersägeln wir das Blödschimmer. Und krass. Oh nein, die wurden runtergeschnitten. Na toll. Ah, easy. Ja. Oh Gott. Was wurde hier unten? Unter hier geschlauert. Oh mein Gott, mein Controller. Oh nein. Ähm. Bitte? Ich kann's auch nicht sagen. Es ist hart. Äh, was? Boah, ist das hier laut? Äh. Äh. Oh, nn. Nee. Ist ja äglig. Ja, ich glaub schon. Äh. Ja, der ist tot. Ich kann mir schon vorstellen. Wir dürfen gleich nicht laut sein. Wahrscheinlich. Ach, die Mäuerwürfe. Ich finde es süß. Okay, carefully moving. Ich weiß, wie das geht. Springen! Oh. Zusammen war das nicht. Er wollte hier carefully moving. Zusammen war das sehr, sehr knapp. Und wenn ihr euch gehört. Ich fühle mich, wie wir die Leinen tratar. Ich fühle mich, wie wir die Leinen verbrüchten. Ich fühle mich, wie wir ihrem Haupt begangen. Ich fühle mich, wie wir ihn wegetzen. Ich fühle mich nicht, wie wir sie verbrüchten lassen. Ich fühle mich, wie wir sie wegziehen, wo wir sie wegnehmen. Ja. Ich bin irgendwie ein. Na gut, war ja easy. Noch. Ich glaube nämlich nicht, dass es was gewesen ist. Ich glaube nicht, dass es was gewesen ist.